von da aus müssen wir in richtung ich meine nördliche dann am fernstraße oder jetzt dann am fernen straße logisch aber nicht bei arona sowieso nicht alles die straße nicht also so kurz gespielt so wir müssen da oben durch so einmal hier rum ich gehe jetzt nochmal auf zum empirischen thron ja ich weiß da sind wir schon an der hauptstory ich weiß ich bin so gemein ähm ähm Zurück zum Sechsonhafen. Irgendwie habe ich gerade starke Orientierungsprobleme. Das ist gerade doof. Dann merkt man, mein Kopf spielt nicht mit. Da lang können wir nicht. Das sieht man auf der Kart aber auch nicht mal wirklich. Das ist scheiße. Überfahren. Einmal vom Geoboot. Einmal mit Steinen. Gegen den Kopf. Ne, auch kein Geoboot. Nur in der Kasse. Da hin. Set. Ba da 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 da. Macht die Musik schon. Hat schon was. Schön gemütlich, schön entspannt. Das passt. Das passt so. Also das andere Tor nehmen. Dann sollten wir hoffentlich dahin kommen, wo wir wollen. Ohne bin ich gerade so doof, dahin zu finden. Das ist der Hammer. So. Ja, komm du, komm du. Jetzt machen wir mal ein bisschen Weg. Jetzt haben wir hier. Beinwill. Ich brauche den Beinwill. Ich brauche den Bein. Ein Quartier, wenn er in Tupas schlecht ist. Sehr schön, sehr schön. Das war's für heute. Oh cool, ein neuer Koch, das wäre cool. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da drüben hin? Wir müssen hier hoch. Warum muss man aber hoch? Kokos Drachen. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Die Option aufs Maul zu kriegen, ja. So, Team kurz wechseln. Ich bin... Flachen Volk. Wind? Wie ein Feuer ist denn nicht? Oder wie ein Wasser? Okay. Wie ein Feuer ist. Wie ein Feuer ist. Welches Leber hat er 67? Ich bin ein Feuer. Damals haben wir eben herausgelegt. Wenn in der Geruchung geschlagen ist. Ich weiß nicht, was ich nachher passiert. Ich bin ein Feuer, das ist was. Ich bin ein Feuer. Du bist ein Feuer. Ich bin ein Feuer. Und ich bin ein Feuer. Das ist ein Feuer. Eine Feuer. Bisher soll ich? Wettbewerb ... ... ... ной ... Spannend, spannend. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das ist eine Frau! Bitte sehr, Herr. Ich habe mich geschenkt. Es ist toll, Rokuro. Jetzt ist es Rokuro. Oh, das ist das Schöne, der Schöne, der Schöne, der Schöne. Das ist meine Mutter. Ach so, die Schöne, der Schöne, der Schöne war, oder? Ich weiß, dass du mit dem Schöne und der Schöne warst? Warum? Das ist so ein Kind. Meine Mutter und meine Mutter und meine Mutter. Ich bin mit dem Schöne und verbrannt, dass ich die Schöne war. Ich bin mit dem Schöne, der Schöne war. Warum bin ich das Schöne? Nein, die Schöne war. Ich habe mich durch den Schöne oder die Schöne gemacht. Ich habe die Schöne gemacht, oder? Das ist das Schöne? Ja, die Schöne hatten. Ich habe das Schöne gemacht. Ich habe das Schöne, die Schöne gemacht. Ich habe mich sehr viel dabei gefühlt. Ja? Ja, das ist wirklich ein Problem. Das ist ein Problem. Das war meine Mutter. Tabasa? Ja? 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 Gewährheit-Charakteren, die Ausrüstung tragen, die insgesamt 40 mal aufgelt wurde, ein Bonus von plus 1 auf ihre maximale Sehenszahl. Waffenfähiges Azerid 8. Ja, ja, geht mir auf den Keks. Geht mir auf den Keks. So. Komm her, Mann. Warte, ich fahr' ich. Brauche auch nicht. Okay. Warte, wir sind auf den Schaden. Er war uns nur eine Mahlmar. So aufIndire Chinat. Dafür, dass ich die Überhaufung fahren kann, sind die ganz schön schwach. Jetzt gehen wir aber noch. Das können wir jetzt noch machen, zack. Die resten drei Meter fahren wir. Das geht dann schon. Ja, auch wie ich das erzählt habe, hat mich das eine Mal... Ja, was heißt das eine Mal, das ist schon, weil er hat mich beim Fußball verletzt. Oh, ordentlich, richtig schöne ordentliche Bänderlehmung und Knechel, yeah. Mittlerweile kann ich... Ist das auch wieder aus... auch soweit eigentlich ausgeheilt. Habe jetzt gestern auch das erste Mal wieder gespielt. Aber es ist heute früh, wache ich mit Fieber auf. Und ich fühle mich verarscht. Zum Beispiel, ich habe die ganze Nacht so... mich rumgedreht, geschwitzt und immer wieder aufgewacht. Äh, ich hätte kotzen können. Das war echt nervig. Das war echt nervig. Ah, die Taverne. Da muss ich rennen in die Taverne. Da muss ich noch ein bisschen durch die Landschaft hier. Die Leute, es hätte ihr Erfolg gehabt. Hier, die versprochene Belohnung. Und... Der ist... ...und... ...und... Der fehlt noch. Der ist... ...nicht groß, aber... ...nervt. ...und... 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 Vielen Dank. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Ruckroh... Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen konnte. Ich habe nicht verletzelt. Ich habe nicht verletzelt. Ich habe nicht verletzelt. Ich habe nur die Kinder geklebt. Ich habe nur die Möglichkeit, dass ich das Handwerke empfiehlt. Wenn ich mich nicht verletzen kann, auch wenn ich mich nicht verletzen kann... Ja. Wahrscheinlich... ... aber... Das ist jetzt das einzigste... ... wo ich sage... ... nee... ... ich will das nicht... ... ich mag nicht... ... also dieses rosa ist extrem schlimm. So... Äh... ... gucken wir mal kurz noch die ein paar andere Städte durch. Ich will mal gucken, ob wir da noch... ... Katnixhafen hat nur... ... äh... ... zack... ... äh... ... Katnixhafen... ... ihr seht... ... ihr seht... ... wir kommen... ... hm... ... oh... ... ich lande direkt von der anderen Seite. Andere Seite wäre ja auch viel sinnvoller gewesen. Kenntnisreiche Kräuterkundige... ... sehr schön... ... äh... ... verfahren... ... ... das ist voll die Urlaubsmusik hier, ey... ... da wird es echt direkt in Urlaub. So... ... und dann nochmal hier rechts. Naja... rechts war schon... ... ok... ... aber... ... dann... ... auch gleich direkt hier rum. Zehn ohne Versteckt. Gucken wir mal. Es ist nur ein Versteck. Es ist nicht nur ein Versteck. Es ist ein Versteck. Was ich wissen? Hör mal. Es ist ein Versteck. Aizen, was ich? Was ich wissen? Es ist wohl ein Versteck. Ein Versteck? Warum? Ich habe schon gesehen, dass ich das gleiche Mal gesehen habe. Hör mal. Es ist so interessant. Los geht's. Wenn man nicht mehr öffnet wird, dann wird es ich. Es ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, dass ich die Möglichkeit habe. Ich habe gesehen, Eifried hat. Ah! Es ist ein Versteck. Genau. Es ist Zeke-Fried. Es ist ein Versteck. Wenn ich das mal mit dem Zettel und der Stattel. Wollen wir den Kettel und den Kettel. Wir können jetzt nach Mannan-Kaischern gehen. Ich werde zuerst auch an das mal verstanden. Wir werden mit dem Typen schelten. Jetzt knacken wir. Das klingt so falsch, Schelte der Herrin. Das klingt so falsch. So. Auf ins Mannan-Riff. Wobei mir jetzt aber einfällt, weil ich das eine sagen würde, die Szene, wo der Malak Seres, die Wiedergeburt von Celica, da mit Arthur gesprochen hat, also Artorius, da ist auch wieder aufgefallen. Sie hat einen Vorbau, what the fuck, die besteht ja quasi nur als Vorbau, das ist ja echt nicht normal. Ja, kurz hier halten. So. Das Eisenkraut. Eisenkraut. Ja, diese Verarschen mit der Schlange spielen ist auch gut. Eisenkraut. Schlechter Scherz. Oh, hier noch die Echse, kann ich mich noch erinnern. Die hat man übrigens auch in der Demo, hat man gegen die gekämpft. Das muss man ja dazu sagen. So, nochmal da ein bisschen was. Das können wir im Live-Mall bald eigentlich mal verteilen. Haria, gibt es hier noch was? Nö. Hier ist gerade nichts. Sehr schön. Einfach durch. Jetzt gucken wir mal. Aber okay, das heißt, da hin und dann klein ein bisschen abkürzen, das sollte passen. Hi Katz. Das Katz ist irgendwo im Nirgendwo. Ähm, ich bin ja gespannt, was in der Kiste drin ist. Das könnte interessant werden. Sollte es hoffentlich. Dann haben wir noch den empirischen Thron. Gut, man muss halt sagen, wir haben immer noch... Wir haben auch immer noch den Wings. So, das heißt... Wir wollen hier hoch. Wir haben immer noch den empirischen Thron und wir haben auch immer diesen Spektralkestteil, wo ich immer noch keine vernünftige Idee habe, wie man den besiegt. Ich weiß, dass man das ungehe reflektieren muss. Das habe ich schon so weit rausgefunden. Jetzt ist nur die Frage, wie man das effektiv macht. Damit der auch dann verreckt. Das war jetzt mal wirklich so drastisch. Das war jetzt mal wirklich so drastisch. Das war jetzt mal wirklich so drastisch. Bis zum nächsten Mal.